Kannst du das jetzt nicht mehr so gut? PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Bau, direkt vom Platz, direkt ins Studio. Und damit sagen wir Hallo zur nächsten Folge des PPP, des Provinzklassen-Podcasts. Und wenn ich sage wir, dann bin das erstens ich, Tim Verzaun, und natürlich mein geschätzter Kollege Christoph Ehren. Hallo Christoph. Hi Tim, hi liebe Zuhörer. Und in dieser Woche haben wir wirklich eine hochklassige Sendung, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, effektiv. Wir entführen euch nämlich heute in die Nationalklassen, in die dritte Division Amateure. Denn wir haben beide ein Spiel gesehen da. Du hast das Spiel Kelmis gegen Medevo Verton gesehen am Samstag. Und ich war einen Tag später in Raren zu Gast, wo Raren Einatten gegen EY spielte. Und du hast ein paar Tore mehr gesehen als ich. Und allein deswegen schon und natürlich auch aus Chronologiegründen, würde ich sagen, bist du natürlich jetzt hier der, der als erstes mal erzählen darf. Deswegen, Kelmis, wie war es? Ja, das lässt sich eigentlich ziemlich gut so herleiten. So wie ich jetzt im Podcast damit anfange, hat auch Kelmis angefangen. Die haben direkt richtig losgelegt und dann in der Halbzeit auch sehr stark, naja, sagen wir mal, ein paar Gänge zurückgeschaltet. Kelmis hat die Partie ganz klar schon in der ersten Halbzeit entschieden. Schon zur Pause stand es 3-0. Und in der zweiten Halbzeit hat sich dann nicht mehr allzu viel getan. Das lag unter anderem daran, dass Kelmis seine Sache sehr gut machte. Es lag aber auch daran, dass Medevo Verton jetzt nicht unbedingt das gefährlichste Team war, das ich bisher gesehen habe in dieser dritten Division Amateure. Ja, also dementsprechend, Kelmis gefiel mir da richtig gut. Ich habe Kelmis vergangene Woche geschaut in Cine beim ersten Spiel und ein Name, der mir jetzt auf dem Spielblatt direkt aufgefallen war, ist Aristotel Lufoan-Kender. Der hat nämlich damals schon eine ziemlich gute Leistung gebracht. Der hat mir sehr gut gefallen, weil er technisch ist, weil er flink ist, weil er quasi auch 90 Minuten, beziehungsweise er wurde ja irgendwann ausgewechselt, immer auf dem Platz überall zu sehen war. Ja, es hat nur leider dann am Tor gemangelt bei ihm, so auf den letzten Metern. Da war dann hier und da eine kleine Unsauberkeit. Aber am Samstag hat er getroffen. Ganz genau. Und er hat auch eine sehr große Rolle im Spiel, der Kelmis war gespielt. Eben genau, da kann ich eigentlich genau das, was du gesagt hast, unterschreiben. Und zwar vor allem sein Tempo. Also das ist schon wirklich beeindruckend, wie der da auf ein paar Metern den Gegenspielern die Meter abnimmt. Sowohl offensiv wie auch defensiv. Also das ist auch ziemlich beeindruckend. Wie da die Defensivarbeit aussieht. Das ist aber auch wichtig für das Kelmister-Spiel, dass du da Spieler hast, die schnell auch in der Rückwärtsbewegung sind. Weil ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir auswärts war. Aber zu Hause haben sie zumindest in den ersten 20, 25 Minuten echt sehr hoch gepresst und sind da auch ziemlich viel Risiko gegangen. Zumal ich fand, dass ihre Innenverteidigung jetzt nicht unbedingt die schnellste ist. Das kann ich eigentlich ganz gut unterschreiben. Und in Cine war es ja auch so, dass sie gerade am Anfang losgelegt haben wie die Feuerwehr. Da hat es ja schon nach anderthalb Minuten geklingelt. Da hat Tom Bülto ja dann per Kopf das 1-0 gemacht. Und ja, bei dir war es jetzt nicht ganz so schnell. Aber natürlich dann haben sie da nachgelegt. Weil das hat in Cine nämlich gefehlt. Danach ist das Spiel damals so ein bisschen eingeschlafen. Und Kelmis war im Mittelfeld, fand ich, auch ein bisschen statisch. Aber das scheint ja bei dir vor allem im Laufe der ersten Halbzeit dann wirklich überhaupt nicht der Fall gewesen zu sein. Genau, Kelmis hat da nicht aufgehört. Ist weiter vorne voll drauf gegangen. Und das passt eigentlich auch zum 2-0. Denn das ist der Hauptgrund dafür, dass sie da getroffen haben. Da ist nämlich Tom Bülto vorne voll drauf gegangen. Und es war der einzige Fehler des gegnerischen Schlussmanns, der ansonsten mit dem Ball am Fuß wirklich beeindruckend war. Also jeder Ball nach vorne fand da den Mitspieler. Aber der eine eben nicht. Da schmiss sich Tom Bülto dazwischen, spielte den Ball zurück auf Montclair. Und der traf dann eben überlegt zum 2-0. Und für mich war das schon die Vorentscheidung. Dass danach noch Hungs per Ecke auf 3-0 erhöht, das war natürlich auch positiv. Aber ich fand das 2-0, das hat den Gegnern da doch ziemlich den Zahn gezogen. Ja, ich habe die Tore im Video gesehen. Und das 3-0 war ja wirklich wie aus dem Lehrbuch. Ecke, Kopf, Ball, Tor. Also einfacher geht es ja gar nicht. Genau, und dann auch noch zum perfekten Zeitpunkt, genau vor dem Pausenpfiff. Schöner kannst du es ja fast nicht haben. Und ich glaube, dass das auch wirklich dann die zweite Halbzeit komplett gekillt hat. Denn danach war jetzt wirklich nicht mehr sehr viel los. Ja, es gibt ja immer so diese zwei Szenarien. Entweder du zerstörst den Gegner dann komplett oder du lässt es sehr gemütlich angehen und dann bleibt es eben beim Pausenstand. Ja, und in diesem Fall war es eher dieses Gemütliche, wobei Kelmes weiter konzentriert blieb und auch damit mich überzeugt hat. Und das war dann eben auch eine der Fragen, die ich danach Cotter-Jubert gestellt habe, eben ob Kelmes damit schon bewiesen hat, dass sie auf dem Niveau sind. Da hat er wohl verneint, weil es doch so die ein oder andere Situation gab für ihn, wird wohl dann auch der Trainer angesprochen haben, wo der ein oder andere Laufweg nicht gepasst hat, wo ein Pass nicht konsequent genug gespielt wurde, wo die Kelmes in der ein oder anderen Situation ein bisschen zu spät in den Zweikampf gegangen sind. Aber am Ende stand dann eben da auch ein klarer Kelmister-Sieg und ich muss auch sagen, ein Spieler, der mich neben Lufo-Holken-Kender wirklich überzeugt hat, war auch Sebastian Aritz. Der alte Mann im Mittelfeld. Ja, ich wollte gerade genau einen Spruch so in die Richtung, man dachte, er wäre wieder 24. Also den saßt du überall und der stand vor allem auch immer in den Räumen, wo Platz war. Also mit seinem Stellungsspiel gab er sich auch die Zeit, um danach das Spiel quasi zu organisieren und der hat mich wirklich, wirklich überzeugt in der Partie. Er stand ja auch in der Startelf, weil ich weiß, in Cine hat er nur zwei, drei Minuten am Ende gespielt. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob Aritz so der perfekte Edeljoker ist, also weder von der Persönlichkeit her noch vom Spielertypen her. Ja, und von der Position auch her, ne? Ist ja keiner, der in der 90. da nochmal knipst, er ist ja eher ein Mittelfeldspieler. Ja, genau, ein Mittelfeldspieler, der eben auch, wie meinten die Kollegen neben mir auf der Pressetribüne, wahrscheinlich weniger Freunde auf dem Feld hat als Feinde. Aber dafür brauchst du halt auch 80 Minuten, um dem Gegner vernünftig auf die Nerven gehen zu können. Und da ist er ja ein großer Meister seines Fachs drin. Da kenne ich aber noch einen, wenn wir mal ein paar Kilometer weiter nach Raren gehen sollen. Denn da ist ja Jeremy Bong auch ein Spieler, den wirklich jeder Gegner hasst. Und das ist durchaus positiv gemeint, weil es ist halt Jeremys Spielweise. Und ja, er tritt dem Gegner wirklich 90 Minuten auf die Füße. Und das ist eine Qualität, die er hat, die ein Kapitän auch hat und die Raren Einheiten auch durchaus immer wieder braucht. Und damit sind wir bei Raren Einheiten. Die haben nämlich nur 1 zu 1 gespielt gegen EY am Samstag. Das zweite Unentschieden im zweiten Spiel. Ist nicht so top verlaufen, würde ich mal sagen. Und das dann mit einer ziemlich unglücklichen Partie für Raren Einheiten. Du hast ja das erste Spiel nicht gesehen, da warst du ja bei Kelmis zu Gast. Also beziehungsweise mit Kelmis auswärts unterwegs. Wie sah das denn jetzt bei Raren Einheiten aus, die ja eigentlich von der Tabellensituation jetzt ein bisschen schlechter dastehen als Kelmis. Und eigentlich sich auch eher da sehen, wo Kelmis im Moment steht. Nämlich im oberen Tabellendrittel und eigentlich auch eben in den Top 5. Ja, ich würde sagen, das Einzige, was ihnen bis dahin noch fehlt, sind ganz einfach die Tore. Denn die Chancen haben sie und sie haben auch die hundertprozentigen Chancen. Und man könnte sogar sagen, sie haben die zweihundertprozentigen Chancen. Also wenn sie die zur Hälfte besser genutzt hätten am Sonntag, dann hätten sie auf jeden Fall 2 oder 3-1 gewinnen können. Und so ist es halt, wie immer diese alte Fußballweisheit sagt. Wenn du die Dinger vorne nicht machst, dann kassierst du eins. Und EY hatte im gesamten Spiel zwei Chancen und eine davon haben sie genutzt. Und Raren muss sich vorwerfen lassen, dass ihre Chancenverwertung auf keinen Fall so gut war wie die von EY. Da klingt aber auch ein bisschen mit durch, dass wenn die Chancenverwertung stimmt, dass es dann doch positiv aussieht für Raren. Ja, ja, also wie gesagt, alles andere klappt. Also zum Beispiel, ich weiß im Fußball-Echo im August habe ich geschrieben, dass die größte Schwäche bei Raren sein würde, dass so viele Neuzugänge da sind und die sich natürlich erstmal finden müssen. Auch die Automatismen erstmal greifen müssen. Da muss ich jetzt aber, nachdem ich das Spiel gesehen habe und wir haben ja schon ein paar Vorbereitungs- und Pokalspiele gesehen, muss ich sagen, dass mir diese Zweifel ein bisschen abhandengekommen sind, weil die Mannschaft sich doch ziemlich gut präsentiert, schon gut harmoniert. Und das machen auch nicht nur die Transferspieler unter sich, sondern auch die Transferspieler mit den Raren, in Anführungszeichen, die letztes Jahr auch schon da waren. Und das klappt ganz gut, denn du hast ja auf, ja, im Prinzip jeder Position mindestens einen neuen Spieler. Aber das haben sie ganz gut im Griff bekommen. Der Beweis dafür ist ja auch eben, dass Raren sich die Chancen herausgespielt hat. Allerdings mangelte es ihnen an Effektivität, wenn ich da bedenke, dass zum Beispiel ein Tobias Laufs eine der ersten Chancen hatte und den am langen Pfosten dann verzieht. Oder Juri Bonscher und Fabrice Stoffels kurz vor Ende der ersten Halbzeit und dann, also mit Abstand die größte Chance, da hatte Jordan Bissin direkt nach der Pause eine Kopfballchance nach einer Ecke von Denis Bousset, der ihm übrigens sehr gut gefallen hat gestern. Der steht völlig allein in der Luft, der Bissin, und köpft den daneben. Das war schon, ja, das hätte man auch durchaus mal reinköpfen können. War so ein bisschen die symptomatischste Szene des Raren Einatmarspiels. Jetzt gucke ich in die Timeline in der App, das ist immer gefährlich. Also kannst du mir auch direkt widersprechen, wenn ich da irgendwas lese, was nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Jérémy Bon macht das 1 zu 0 per Elfmeter in der 42. Minute. Ab der 50. Minute, also kurz nach der Pause, ist Drachen Einatmarspiel in Unterzahl. Allerdings nur bis kurz nach dem Ausgleich, denn der Torschütze zum 1 zu 1, hier steht T. Roulon, du wirst mir den Vornamen gleich mitteilen. Tom. Hätte man sich fast schon denken können. Fliegt nur vier Minuten später vom Platz, kommt das ungefähr so hin? Das kommt ungefähr so hin, ja. Ich würde sogar auf zwei Minuten später fliegt er vom Platz verkürzen. Aber du hast im Prinzip recht. Also ich hatte die paar Chancen von Stoffels und von Bonscher vor der Pause angesprochen. Das war so eine richtige Drangphase der Raren Einatmarspiels. Denn bis dahin war das Spiel, ich sag mal das böse Wort, scheiße langweilig. Da passiert wirklich überhaupt nichts. Und neben mir stand ja dein Kollege Marvin Worms, an der anderen Seite der Kollege von Lameuse. Und wir meinten auch schon, ja, was sollen wir denn jetzt hier schreiben? Ich habe sogar schon Torwarttrainer Mario Groteklaas gefragt, ob er nicht vielleicht irgendwie als Flitzer mal über ein Feld laufen sollte, damit wir irgendwas haben, was ein Thema hergibt. Weil bis dahin gab es eigentlich nur einen Elfmeter, den Raren Einatmarspiel nicht bekommen hat, nach Foul an Fabris Stoffels. Und das war es. Aber dann effektiv hat Raren, ja, seine Offensive mal richtig angemeldet im Spiel, ist gefährlich geworden. Und dann hat dann auch Jeremy Bong den Elfmeter rausgeholt und selbst verwandelt. Ja, wobei, du machst halt schon so ein Gesicht unter dem Motto, ja, mal wieder ein Elfmeter. Der war aber auch einer. Ja, ja, ich sage auch nicht das Gegenteil. Also, Jeremy hat auch ein Talent dafür, die Berührung im Elfmeterraum zu verursachen. Das tust du aber auch eben mit vielen Läufen in, ja, eben in diese Zone. Natürlich. Und ja, dann eben auch mit den richtigen Bewegungen im Strafraum. Also, das war absolut nicht negativ gemeint. Und er ist ja dann auch noch ein sicherer Elfmeterschütze. Und das ist ja auch die alte Logik. Ein Elfmeter geht zu 75 Prozent der Zeit rein. So eine Torchance aus Jedwener Position ist nicht ähnlich gut. Das heißt, rein statistisch ist es immer intelligenter, einen Elfmeter zu suchen. Gut, es sei denn, du läufst aufs leere Tor zu, dann ist es ein bisschen dämlich, sich die Chance zu nehmen. Aber rein statistisch gebe ich Jeremy da vollkommen recht. Ich finde übrigens, Jedwener ist ein sehr unterschätztes Wort. Das sollten wir öfter hier bringen. Absolut. Da müssen wir mal drauf achten. Ja, absolut. So, und dann gab es dann nach der Pause, wie du auch gesagt hast, schon ein paar strittige oder sagen wir mal spektakuläre Szenen. Fabrice Stoffels im Zuge eines Freistoßes hat dem Gegenspieler ja sein Ellenbogen ins Gesicht, ich will nicht sagen, gerammt oder geschlagen. Ich kann es auch im Prinzip gar nicht sagen, weil es keiner gesehen hat. Der Freistoß ging nämlich aus dem Mittelfeld nach außen. Und im Strafraum war dann so eine kleine, in Anführungszeichen, Rangelei oder sagen wir mal ein Zweikampf. Und dann ist das passiert. Aber jeder hat dem Ball hinterher geschaut. Und niemand wusste jetzt, was war überhaupt mit Fabrice. Und ich habe ihn nachher gefragt, weil ich halt eine Quelle brauchte. Und er sagte dann, ja, ein Gegenspieler hat mich so ein bisschen gehalten. Ich habe mich versucht zu befreien. Und dabei hat er dann den Gegenspieler getroffen im Ellenbogen. Absicht oder nicht? Ich habe gar keine Ahnung. Kann ich jetzt auch wirklich nicht beschreiben. Fakt ist, Fabrice Stoffels ist mit glattrot vom Platz geflogen. Zehn Minuten später kassiert Raren durch die zweite. Ne, das war sogar die erste. Die erste Chance von EY, das 1-1. Aber wiederum nur drei Minuten später, ja, leistet sich Tom Rollor, dann der Torschütze, eine Tätlichkeit, die wir alle gesehen haben im Zweikampf mit Tobias Laus. Und er griff ihm da quasi mit der Armbeuge an den Hals. Also das war auf jeden Fall eine Tätlichkeit. Und ja, das hat dann nur zehn Minuten gedauert. Dann waren auf einmal nur noch 20 Mann auf dem Platz. Und von da an hat Raren dann wieder die Kontrolle übernommen. Hatte am Ende noch eine große Chance durch Carlo Ewerts. Aber es ist halt beim 1-1 geblieben. Also am Ende auch nicht wirklich ein verdientes Resultat, wenn EY mit quasi einer halben Torschance dann das 1-1 erzielt und Raren Einarten dann seine eigenen Chancen nicht nutzt. Effektiv. Also das meinte Trainer Eric Fanebon auch. Also wenn es eine Mannschaft gibt, die hier enttäuscht sein kann über das Resultat, dann sind wir es. Und wenn es eine Mannschaft gibt, die hier durchaus mit dem Grinsen nach Hause fahren kann, obwohl sie nur einen Punkt geholt hat, dann auf jeden Fall EY. Jetzt können wir also halb auf die nächste Woche vorausblicken, denn der Gegner von Kelmis dieser Woche ist nächste Woche der Gegner von Raren. So wie du dein Spiel beschreibst und mit dem, was ich erlebt habe, würde ich sagen, Raren Einarten hat nächste Woche sehr gute Chancen auf den ersten Sieg in dieser Saison. Ja, das hatten sie aber auch schon letzte Woche und auch jetzt gegen EY. Also in Libramo war ich ja auch nicht dabei, deswegen muss ich mich darauf verlassen, was die anderen gesagt haben. Und laut Trainer Fanebon war es da im Prinzip dieselbe Situation. Raren hatte einige Chancen, hat die aber einfach nicht gemacht. Dementsprechend ging das Spiel 0-0 aus und jetzt eben 1-1. Aber klar, wenn du sagst, Medevo Verton ist überhaupt nicht gefährlich, kann man natürlich wieder ein Spiel erwarten wie jetzt gegen EY. Hoffentlich nutzt Raren seine Chancen. Jetzt könnte man eigentlich vermuten, dass wir das Spiel dann auch tippen, aber da keiner von uns da mit dabei sein wird, haben wir andere Spiele in der nächsten Woche. Damit kommen wir zum Tippspiel. Da führe ich im Moment mit zwei Punkten Vorsprung. Da werdet ihr jetzt aber auch nicht so vorlaut mit werden, denn wir haben in den letzten zwei Wochen wirklich untererdig gepunktet. Also die dritte Division Amateur, die liegt uns schon mal gar nicht. Da haben wir bisher noch gar nicht richtig gelegen. Wobei wir wohl auch strafbar vergessen haben, Kelmis zu tippen. Wahrscheinlich hätten wir da beide noch Punkte geholt. Ich hätte auf den Heimsieg getippt, ja. Ich weiß nicht, ob 3-0, aber... Ja, aber zumindest schon mal zwei Punkte. Du hättest halt 3-2 getippt. Ja, genau. Das hätte mir dann auch nicht viel gebracht. Ja, und so ein knapper 1-Tore-Vorsprung-Tipp, den hatte ich ja beim Spiel Honsfeld gegen Sandviert. Da hatte ich auf Honsfeld getippt, du hattest auf Sandviert getippt. Und da kommen halt jetzt die zwei Punkte Vorsprung her, denn am Ende hat Honsfeld die Partie mit 3-1 für sich entschieden. In der nächsten Woche, also, ja genau, in der nächsten Woche, da gucken wir ja auch wieder in die dritte Provinzklasse. Da sind wir am Freitag sogar zusammen unterwegs. Ja, das haben wir noch gar nicht gehabt, diese Saison, oder? Ich überlege gerade. Also, klar, die Vorbereitungen, die hatten wir zusammen, aber ansonsten? Ich war in Cine, in Raren, in Lonsen und in Honsfeld. Und keinmal mit dir. Ja. Doch, natürlich, Rocherrad gegen Trappverkehr, ganz am Anfang. Ja, das stimmt. Genau, das hatten wir zusammen. Aber ansonsten in diesem Jahr noch nicht so viel. Aber wieder ein Freitagabend jetzt, genau, wie in Rocherrad. Also, die Samstage, die früher immer unser Top-Thema waren, die sind jetzt scheinbar auf die Freitage. Ja, samstags ist ja jetzt wieder Heilenzeit. Da sind wir dann ja wieder mehr beim Handball. Weil, dementsprechend, am Freitag haben wir eine Partie. Wir haben auch schon gesagt, dritte Provinzklasse. Welche Partie haben wir denn, Tim? Ja, die dritte Provinzklasse-Fans, die werden es natürlich jetzt genau direkt wissen. Bütchenbach gegen Lonsen. Schönes DG-Derby. Zwei Mannschaften, die wir, sagen wir mal, oben erwarten. Bei Bütchenbach ganz klar die Endrunde. Bei Lonsen der erweiterte Endrundenkreis. Wobei Lonsen, wie wir sie immer nennen, eine totale Wundertüte ist. Da kann ja alles passieren, von Platz drei bis Platz neun. Was sagst du denn? Ich lasse dir mal den Vortritt, Feige, wie ich bin. Ja, also ich mache es mir jetzt relativ einfach. Und eines der großen Fragezeichen, das wir vor der Saison hatten, war, wie schnell ist Pierre Schmitz zurück? Und Pierre Schmitz hat Lonsen letzte Woche schon zum Sieg geschossen gegen Hoffre. Ein Freistoßtreffer, meine ich, war das sogar zum 1-0. Ja, ich habe das Video gesehen. Der war schön. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen sage ich, Pierre Schmitz wird auch Lonsen erneut zum Sieg schießen. Aber ich glaube, dass ein paar Tore mehr fallen werden. Ein 3-2-Auswältssieg für Lonsen. Das hat ja lange gedauert. Ich glaube das Gegenteil. Ich glaube, dass Bütchenbach die Punkte bei sich zu Hause halten wird. Und tippe, glaube ich, genau das Gegenteil wie du und sagt 3-2 für Bütchenbach. Ja, da werden wir zumindest nicht dieselbe Punktzahl machen in der Partie. Oder null, wenn es unentschieden ausgeht. Das wäre symptomatisch für unsere bisherige Saison. Dann haben wir allerdings Samstagzeit und Gelegenheit, das Ganze auszumerzen. Denn ich fahre am Samstag nach Wallhorn. Da spielt, und halte ich fest, der Tabellenführer der dritten Provinzklasse. Und zwar der USFC Elsenborn. Wer hätte das gedacht? Naja, also wir hatten zumindest Elsenborn hochgesteckt vor der Saison. Wir hätten jetzt nicht damit gerechnet, dass sie da nach 4 Spieltagen mit 10 Punkten an der Tabellenspitze stehen. Aber ich meine, ich hätte auf Facebook gelesen, seit 31 Jahren wäre das nicht mehr der Fall gewesen, dass Elsenborn an der Tabellenspitze steht. Ja, und wer weiß, vielleicht hält Elsenborn auch eben diese Tabellenspitze. Aber diesmal lasse ich dir den Vortritt. Dankeschön, wie lieb von dir. Ja, was bei Elsenborn funktioniert, ist das, was wir vor der Saison ja auch quasi als ihre Stärke ausgemacht haben. Die Offensive. Tom Muckles hat schon ein paar Mal getroffen. Joey Wattler ist jetzt wieder dabei, hat am Wochenende schon zweimal getroffen. Frank Scholl letzte Woche als Joker sogar dreimal. Also das, was wir am Anfang der Saison als Elsenborner Stärke ausgemacht haben, das spielen sie jetzt schon aus, ohne sich wirklich mal irgendwie anpassen zu müssen oder zu verständigen, wie auch immer. Ja, und bei Wallhorn ist gerade zu Hause an der Rotsch noch ein bisschen der Wurm drin. Sie haben sechs Punkte geholt in dieser Saison bisher und zwar alle auswärts in Balen und in Kornes. Und ja, jetzt natürlich die Frage, geht diese Heimschwäche weiter und baut Elsenborn seine Führung an der Tabellenspitze vielleicht sogar aus? Weißt du was? Ja. Ja, ich tippe auf den Auswärtssieg. Dann hat das Wegsprengkommando am Samstag auch ein bisschen was zu feiern und zwar noch mehr als sonst. Und ich sage, dass Elsenborn in Wallhorn mit 2-0 gewinnen wird. Oh ja. Ein bisschen Risiko gehen. Das muss dich ja überholen. Ja, genau. Und ich bin dieses Jahr auch mit Risiko unterwegs, also vielleicht mal ein bisschen weniger ausgefallene Tipps, als ich es in der Vergangenheit hatte. Aber ich tippe auf Wallhorn. Ich tippe aber auch auf einen Treffer eines Spielers, der in der Partie, die du von Elsenborn gesehen hast, sich sehr schwer vor dem Tortag nimmt. Ja, bei seiner Rückkehr nach Wallhorn, der hat er auch getroffen, jetzt vor zwei Wochen, doppelt sogar. Und ich glaube auch, dass er gegen Wallhorn treffen wird, dass das aber nicht zum Sieg reicht. Ich sage, dass Wallhorn 2-1 gewinnt. Ach, richtig. Das hatte ich so noch gar nicht geschnallt, dass Baste ja zurückkehrt. Stimmt. Guter Mann hier. Da kennt einer sein Fach. Absolut. Ich habe schon gerade den Namen suchen müssen, während du ausgeführt hast. Das hast du doch nicht. So, ja, hast du dir jetzt dein eigenes Grab geschauft. Da gehen wir mal zu dem Klub, den du am besten kennst, und zwar dem FC Eupen. Da gehe ich mal davon aus, dass ich am Sonntag dann zu Gast bin. Sage ich jetzt mal so, ich weiß es noch nicht, aber das lädt ja eigentlich durchaus dazu ein, mal vorbeizuschauen. Eupen gegen Elsoth. Ein schönes Duell, eines der interessanteren Duelle, die Eupen in dieser wenig DG-lastigen ersten Provinzklasse haben wird. Ja, Eupen jetzt drei Niederlagen hintereinander. Ich glaube, die Aufstiegseuphorie, die ist ein bisschen weg jetzt, oder? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Wobei, wenn du dir den Verlauf des letzten Spiels ansiehst, gut, ich habe die Partie jetzt nicht gesehen, aber ich habe zumindest den dazugehörigen Artikel gelesen, gegen den Tabellenführer dieser ersten Provinzklasse sah ja der FC Eupen jetzt nicht wirklich aus wie eine Mannschaft, die er gegen den Abstieg spielen muss. Denn Eupen hat offensichtlich mehr das Spiel gemacht, nur ist dann eben vorne an der Chancenverwertung mangeln lassen. Wollen wir mal hoffen, dass das in dieser Woche anders aussieht. Und wie es ja so oft ist, wenn der Knoten dann mal platzt, dann platzt er richtig. Und jetzt muss ich mir quasi selber widersprechen. Ach, zwei kommt jetzt, oder? Nein, nicht ganz so extrem. Also die Eupener-Defensive, die funktioniert ja eigentlich größtenteils, sagen wir mal, 5 zu 1. Ernsthaft? Ja, doch, das ist mein Tipp für diese Woche. Ja, alles klar. Ich tippe zwar auch auf den Sieg vom FC, aber ich glaube, dass der FC seine alten Minimalistentage wiederfindet und dementsprechend 1 zu 0 gewinnt, was natürlich für drei Punkte reicht und für sechs Punkte für mich. Ja, das sehen wir dann in der nächsten Woche. Absolut. Damit sagen wir wieder mal Dankeschön fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschau, tschüss. Tschau. Das war PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio.